Moin Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Messertest geht es um ein wunderschönes Messer von dem lieben Rainer Rossmann bei JAS. Wenn euch interessiert was das Messer kann, dann bleibt dran. So, hier haben wir das gute Stück. Ich habe jetzt schon ein paar Anbauteile herangemacht, die natürlich nicht im Lieferumfang sind. Im Lieferumfang ist das Messer, die Kaidexscheide, ein Dengler und optional ein Tec-Lock. Kommen wir erstmal zur Scheide. Wir haben hier eine Kaidexscheide. Wie gesagt, die Anbauteile von Rainer Rossmann passen natürlich. Das Rainer Rossmann-Emblem ist in den Leder-Dengler mit eingestanzt. Sie hat ein Ablaufloch. Sie ist sehr, sehr stabil. Das Messer hält hervorragend hier drin. Da wackelt gar nichts. Sehr, sehr gut. Sehr hochqualitativ. Gut, kommen wir zum Messer. Hier ist es, der Irrbis. Das Messer hat Brandings. Einmal auf dieser Seite von Rainer Rossmann, Irrbis. Auf der anderen Seite von der Firma Jars, wo das Messer produziert wird. Das Messer wird aus D2-Stahl gefertigt, hat G10-Griffe, die geschraubt sind, hat rote Liner. Das gibt es auch in unterschiedlichen Farben, soweit ich weiß. Das Schöne an diesem Messer ist, es ist § 42a-konform. Das heißt, es ist auch als EDC-Messer zu gebrauchen. Die Klingenlänge beträgt 11,2 cm. Die Grifflänge beträgt 11,4 cm. Die Klingenstärke liegt bei 4 mm. Es ist nach Rockwell auf 60 HRC gehärtet. Hat einen Flachschliff. Das Gewicht vom Messer beträgt 208 Gramm, inklusive der Scheide 287 Gramm. Die Klingenhöhe beträgt 32 mm. Gut, dann kommen wir mal zum Schärfetest. So, schauen wir mal, ob man sich mit dem Messer rasieren kann. Und es ist bullenscharf. Da springen die Haare nur so. So, als erstes schneiden wir mal eine Orange. Und das geht wunderbar. Das Messer fährt einfach nur so durch. Sehr schön. So, der Griff liegt wirklich gut in der Hand. Ist jetzt nicht der größte Griff. Für Riesenpranken ist das jetzt nicht unbedingt geeignet. Für mich optimal. Gucken wir mal, wie sich das Messer beim Schnitzen verhält. Das beißt wahnsinnig ins Holz. Und macht super glatte Schnitte. Hervorragend. Gucken wir mal, wie es mit dem Hacken ist. Wie auch der große Bruder, der Bushcraft Beaver, hat das hinten, diese Nase am Griff, dass ich es gut halten kann. Schauen wir mal, wie es beim Hacken ist. Also für ein Messer in der Gewichtsklasse hackt es wirklich sehr, sehr gut. An der Klinge sind keine Schäden zu erkennen. Gucken wir mal, wie es ist mit dem Durchtrennen. Wunderbar. Sehr, sehr glatt. So kann ich mit dem Messer auch feinere Schnitzarbeiten machen, wie zum Beispiel eine Zelltheringskerbe. Das probieren wir gleich mal. Das geht super. Ich kann schön den Daumen vorne auflegen. Das Messer ist breit genug, dass es nicht wehtut. Und ich kann sehr schön feinere Schnitzarbeiten erledigen. Gut. Beton. Kann ich mit dem Messer betonen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Spaltteufel, aber es ist halt auch ein Full-Tank-Messer, habe ich von ihm nicht erwähnt. Probieren wir es einfach mal. Ja, mein Beton hat sich zwar aufgelöst, aber das Holz haben wir klein gekriegt. Können wir feine Locken schnitzen. Oh ja. Andere Seite nochmal. Also vom grob bis fein ist alles möglich. Sehr schön. Sehr gut. Bohren können wir mit dem Messer bohren. Da es eine relativ breite Klinge hat, lässt es gut packen. Ich kann auch schöne Löcher ins Holz bohren. Das funktioniert gut. Die Messerspitze. Mal sehen. Mal sehen, ob die was aushält. Sehr gut. Keinerlei Verformung zu erkennen. Okay, dann versuchen wir mal, die Feuerstahl-Nutzung auszuprobieren. Wir raunen uns erstmal ein bisschen Birkenrinde auf. Dann nutzen wir den mitgelieferten Feuerstahl hier. Und das klappt sehr, sehr gut. Fein. So, wie immer versuchen wir auch wieder eine Kunststoffflasche zu durchtrennen. Was soll ich sagen? Wunderbar. So, nachdem ich den Irvis jetzt ein bisschen mal trätiert habe, gucken wir mal, was die Schärfe sagt. Und immer noch rasierter. So, mein Fazit zum Irvis. Den Irvis habe ich sofort lieb gewonnen. Ich habe den Survival Beaver ja auch schon getestet. Den fand ich schon richtig klasse. Zumal er auch §42a-konform ist. Aber den hier finde ich persönlich wirklich noch geiler als EDC-Messer. Es ist nicht so schwer. Es liegt gut in der Hand. Ich kann alle möglichen Arbeiten damit machen. Und er ist bei weitem nicht so massiv wie der Survival Beaver. Daher ist der Irvis für mich ein perfektes EDC-Messer. Kann ich nur empfehlen. Und bei 125 Euro ist das jetzt nicht mal ein exorbitant teures Messer. Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, euer Tobi. 2. 3. 5. 6. 7. 7.